Das war ein Befehl! Der Angriff Stein, das war ein Befehl! Ich bin Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Tim Kepanjang Nasional DKN Joko Imarufamin mengaku tak sepakat dengan usulam Prabowo Subianto Sandia Gauno yang akan meliborkan anak sekolah selama bulan Ramadan. Jika diterapkan, DKN menulai kebijakan itu tidak efektif bagi dunia pendidikan Indonesia. Sampai jumpa!